Ja, ich muss gestehen, ich bin ein Fan von den Biebesheimer Landfrauen. Die haben jetzt am 13.09.2021 beim Aussiedler Röth wieder Latweje gekocht. Richtig sagt man natürlich Latweje gerührt. Und diesmal gab es was ganz Besonderes. Die Biebesheimer Straßenmusiker waren da. Wir haben uns kurz vorgestellt, das ist der Bertolt Bader, der Rainer Fischer. Beide sind in verschiedenen anderen Gruppen schon überall aufgedreht, teilweise auch im Ausland schon bekannt. Die Straßenmusiker übrigens waren auch schon im holländischen Fernsehen. Ja, und den Landfrauen zur Ehre ist dieses Mal das Latweje-Lied, das der Rainer Fischer geschrieben hat, erstmals aufgeführt worden. Viel Spaß jetzt beim Zuhören und Zusehen. Zuhören und Zuhören und Zuhören. Zuhören und Zuhören und Zuhören. Wie lange redet der schon da? Also um 5 Uhr haben wir angefasst. Oh, das ist also die erste Charge, die ihr drinnen habt euch schon mal ausgeleert. Bitte? Hattet ihr schon mal ausgeleert? Das ist alles, was wir hatten, 6 Cent. Ah ja, 6 Cent, ah ja. Aber was haben wir auch nicht so? Ich habe gehört, wir haben Frisch. Die Kurzsache, wo ist denn die Karten so? Das sind die besten Aufnahmen. Gar nicht lange gefragt, direkt drauf zugehalten. Ja. Das war jetzt die Hand drauf drauf drauf. Ach so? Wollen wir die irgendwie noch so los, wenn wir die Nachfelle kennen, und die in die Hälfte nehmen. Ach so. Ja, und das war sogar gut. Sonst werde ich auch in Bezug. Ja. Oh. Ja. Oh. Ja. Oh. Ich hab schon das nicht gesagt, hätten wir da auch ein Gesichter gemacht. so ihr seid die beiden biebesheimer ja genau und ihr seid und die lieder die du jetzt spielst die hast du geschrieben oder du perthold oder zum teil also wenn er sagt die sind gemafrei dann kann ich schon mit filmen die sind von euch ja und ihr seid ja international schon bekannt ihr seid im polandischen fernseher schon gewesen dann ja oder im beat club vor gruppe der weltbekannten band jess oder sind ja alle sache die muss man festgehalten bleiben ist doch egal das ist kult ihr seid sozusagen eine kultgruppe dann spielst du ja auch in mehrere bands gell du bist ja nicht nur bei der strohse musik dabei ja ja im ausland war da schon genau ja sagen ja ja ich hoffe dass der party ja raus schnallt deswegen bin ich momentan noch entspannt ja das sind halt so groß geworden Machen wir bloß die Bilder schön! Wie nennt sich das so? Konzertina. Wie alt schätzt du ist die? Die wird nach wie vor gebaut. Ihr seid Profis. Die ist 30 Jahre alt. Das ist eine Mandoline, was du hast. Ich stehe in der Liste. Kommt euch einander. Ich spiele immer die Liste. Bleib mir da. Ruhe! Kein Wunder bin ich. So, wir zahlen die Stoße Musik vom Büsen. Die meisten vielleicht kennen uns. Das ist der Battle. Ich bin nur neun. Wir haben von Platzfolio was. Da haben wir vom Büsen. Der hat ein schönes Video über euch gemacht. Da habe ich mir gedacht, da müssten wir eigentlich ein Lied dazu machen. Das haben wir auch gemacht. Aber das spielen wir jetzt nicht gleich. Wir spielen erst mal was anderes. Und das ist wirklich wichtig. Das ist total wichtig. Das ist richtig. Das sind jetzt noch nie. Das ist ein Stück. Wir spielen erst mal was anderes. Das ist einfach nicht ewig wichtig. Ja, ich weiß nicht. 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 Zufriedene Kessel, alles klein. Hier saß es geschrien, weil doch die Fester frei. Die Regiechen, die Quetsche, der Knall aufbringt das Tier. Die Heftchen, die Sternt, sie etwa heute Sterne. Lachwöger, es ist ein Kopfes Glück. Lachwöger, es bringt die Zertzurecht. Lachwöger, es ist ein Kopfes Glück. Lachwöger, es bringt die Zertzurecht. Die Kessel, die Klone, des Nussbricht und Anruf. Die Juni, es mit ihr Blum, ein bisschen Fisch. Lachwöger, es ist ein Kopfes Glück. Lachwöger, es ist ein Kopfes Glück. Die Kessel, die Verhauten, die Zertzurecht. Lachwöger, es ist ein Kopfes Glück. Lachwöger, es bringt die Zertzurecht. Not maionier, but it's why not to stay, not maionier, yet it'd be time for me. Thank you very much. 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 Jetzt geht die Sandung hier. Und jetzt geht es nur in ihrer auf der Finke hoch. Und wenn es mich nicht mehr schön ist, wenn es mich nicht mehr los ist. Und wenn es schon wieder combine, es ist die sch yield ist von dem Haus. Und wenn es schon wieder steigt, dann muss ich die schuldigung erhauen. Und dann beheuer gerne, dann beheuer gerne, dann beheuer gerne. Musik 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 Also das ist ein Lied, das wird Musikgeschichte schreiben, denke ich. Ja, das fängt wieder an. Ich schicke das als erstes Mal an meine Freundin. Ich schicke es erst mal an meine Freundin in New York. Stell dir mal vor, wenn er in New York als erstes Mal lauft, der du. Warte mal ab. Jetzt ist der Tag kurz vorbei. Die Bibel seiner Landfrauen und die Bibel seiner Straße Musiker, wenn die aufeinandertreffen, das ist also nichts mehr zu toppen. Einfach gute Laune und man muss sie einfach gern haben. Sie sind die Bereicherung für unsere Gemeinde. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss. Musik 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 Und jetzt, La Fäonier, wenn ich mein Gott verstehe, La Fäonier, es bringt die Zeit zurück, La Fäonier, es ist der ganze Stich, La Fäonier, es bringt die Zeit zurück. Jetzt gehst du den Bier auf, das ist so hoch.